Boah, okay, Alter. So, du musst in den Nacken rein. Ja, guck mal, jetzt schick mal rein. Mehr machen wir gar nicht, mehr machen wir gar nicht. Ich war geil, ne? Nee, ich hab's doch gedacht, vielleicht noch den, vielleicht noch. War ich aber auch krank. History. Wenn noch jemand Cola oder so, dann hol ich's auch noch. Wenn du Zeit hast, alles nicht so einfach. Das ist halt nie, wenn ich geweint hab. An dieser Stelle herzlich willkommen zur FOTURA Rooftop Session. Mit Thilo, Marco und Heinrich. Heinrich. Ich liebe so T-Shirts rocken. Der Rock-T-Shirt, das ist von Billie Eilish. Ja, Mann, so ernst krass, Digga. Ja, oder? Kannst du die H&M? Ah, das ist die H&M. Die H&M, die gibt's schon seit bestimmt drei Jahren. Alles bedeutet nichts, wenn du nicht schreibst. Ich bin abhängig von Oed und deiner Aufmerksamkeit, Mann. Aber am Anfang, kleiner Fehler. Ja, das muss man mal. Wir sind hier in der Feelings-Therapie mit Mixu und McLaur. Ja. Wow. Ich will, ich will alles, was mir nicht will. Okay. Ja, das ist doch schön, wenn wir gehen rein, was Freunde. Oder was auch hier. Wow. Ist das vielleicht auch einer von den Jungs irgendwie so, weißt du, mit Beinen nach oben oder so ein Ding? Oder sollen die alle so sitzen? Ja. Also fühlt sich. Entspannt. Und Kamera läuft. Das ist doch keiner. Das ist tot, Digga. Ja, jetzt ist es wieder auf die Kamera. Aber ist egal. Mann, ey, Bruder, wir haben gestern erst Musik wieder gedreht. Das ist das Ende. Von allem. Aber vielleicht auch der Beginn von etwas Neuem. Also strengen Sie Ihre Arme aus. Lassen Sie sich fallen. Und abonnieren Sie meinen YouTube, Instagram, Spotify, Twitter, ICQ, SchülerVZ, 2Brook4Fiji. Ihr wisst, was es ist. Fick nicht. Hast du Seen-Shots? Ich bin ein Video. Was bin ich? Ich bin ein Video. Ich bin ein Video. Was bin ich? Baby Boom! Du bist ja echt gut. Wenn die Kamera läuft müsst ihr jetzt nicht die Mund öffnen, Schaut euch dann einfach nur ein bisschen an. So, ne? Eins, zwei, drei. Oh, shit! Oh, shit! Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Kamera? Hast du noch eine Kamera? Okay, ich filme. Einmal noch kurz nicht falsch. Einfach nur cool rüberkommen. Und ich sag mal jetzt, wenn uns Zeit fass, alles ist so einfach. Was war gut? War super, Bro. Gibt es ein bisschen Angst? Wirklich? Ja. Schön, dass du wieder filmst, ja? Safe. Ja, aber es geht hinter der Kamera. Vor allem geht es gut hier, ey. Es sieht voll cool aus. Ein bisschen weiter nach da, soweit es geht. Einmal Hochdruck mitnehmen. Ich will! Was will ich helfen? Wenn mich keiner sieht, wir verliebt in sie. Hallo! Was geht? Genau, 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 genau. Wie gehst du weg? Ja, bei dir. Ich sag so, wir drehen heute um so. Ich muss sagen, es aussieht wie ein Star. Diese LSD. Besser, 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 besser. Aber da war da, Michael sollte kommen. Die Klasse war zu kommen. Thomas Gottschalk. Oh, das ist mein Balsch? Das ist mein Balsch. Die Balsch, es ist mein Balsch. Ich war mir sehr stark. Es ist mein Balsch. Nein, das ist mein Balsch. Geil, geil! Der Anime ist ja jetzt vorbei, ne? Ash hat seine Story abgeschlossen, dicker, sad. Hat er nicht abgeschlossen. Es geht noch weiter. Okay, das funktioniert nicht. Hey, das ist Gossip. Was ist Zeit? Wir sind da. Ost-Berlin maskulin. Oder wie das war. Wir sind da. Hast du gesehen, dicker, wenn ich den Ding gegeben habe? Und alle rein. War das auf Camp, die ich ihn geschlagen habe? Nee, leider sind wir nicht.